Hallo und Willkommen zu einem Kochvlog, aber Autofokus möchte gerade nichts Hallo und Willkommen zu einem Kochvlog, heute machen wir Spiegeleier mit Speck, wenn ich weiß was es ist, der sollte googeln was es ist, dann nehme ich das keine Ahnung und zwar, wenn ich es so machen, wir machen Speck, braten ihn in einer Pfanne an und tun einen Knoblauch hinzu. Also dann, ich habe den Schinken jetzt ein paar Minuten reingegeben, deswegen kann ich jetzt mal ein bisschen warten, warten bis es goldbraun ist, bin gleich wieder da. Also, Speck ist jetzt etwas, ähm, der Schinken schließt, Speck ist jetzt etwas dunkler geworden, deswegen nehmen wir uns hier jetzt eine Knoblauchpresse, ähm, eine Knoblauchpresse, wo ist eine, nein alles in den Dosen dafür, kurz, so ein Ding, nehmen wir uns ein Knoblauch hier raus, äh, ich muss den Speck vom Ofen nehmen, den Speck glaube ich mir hernehmen, ne, ok, nehmen wir uns hier ein Knoblauchzehe, oder zwei, ich würde zwar eine empfehlen, aber, obwohl, nein, lass mal eine, der Speck verbrennen, langsam, deswegen müssen wir uns schneller, das müssen wir aufmachen, so, das ist jetzt gut so, jetzt nehmen wir diesen Knoblauch, die Knoblauchpresse, da, nehmen wir die Knoblauchpresse, machen nun die Knoblauchpresse auf, stecken den Knoblauch rein, haben die Knoblauchpresse zu, machen sie zu, und drücken den Knoblauchpresse in die Pfanne hinein, ist schwerer zu machen mit einer Hand, deswegen mache ich es kurz ausfühlen und zeige es euch dann, so, jetzt haben wir hier Knoblauch drinnen, und jetzt, jetzt vermischen wir es und hauen es wieder in die Pfanne, boah, der Geruch, das riecht stark mit Knoblauch, aber ich habe auch eine große Knoblauchzehe genommen, deswegen, hat er schon so, wir müssen, dürfen den Knoblauch nur ganz kurz anrüsten, dass er seine Schärfe verliert, ach, wenn ihr es riechen könntet, Alter, Leute, ich sage noch Speck und Knoblauch, hm, 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 so, jetzt kann ich mal anfangen die Eier rein zu hauen, glaube ich, ich schau mal kurz die Eier rein, wie ihr denkt, so, die Eier sind jetzt drinnen, dass wir nehmen salz und verraten das über das ei ich glaube jetzt wird es langsam aber sicher zeit die stärke des dings auf zudem aufzudrehen so mittlerweile wenn das hier brät eine semmel dazu ich hoffe man kann mich hören so nehmen wir einen teller und stellen den hier hin und warten jetzt noch bis der ganze Bumpe dreht ich hoffe er nur das Speck verbrennt aber nicht wir sind gleich wieder da also ich habe jetzt mal ein stück speck auf der spitze der Speck ist ganz gut wir müssen noch warten bis das Ei fertig ist fragt mich vielleicht wenn man sieht dass das Ei fertig ist und man sieht es auch man sieht es wenn das Ei komplett geröstet ist das Ei was das Ei was dann geröstet ist jetzt sind wir fertig und gleich wieder zurück obwohl nein doch nicht ich verbratte auf das Öl auf die andere Seite und geht das schon wieder wir verbraten einfach das Öl nach hinten und jetzt erwarte ich noch ein wenig ich bin gleich wieder da jetzt ist es ready und ich hebe es kurz aus der Pfanne raus und zack wir haben das Ei mit Speck und Knoblauch fertig jetzt nehmen wir uns eine Gabel und ein Messer und probieren es essen also zuerst mal das Ei ja ich weiß ich stelle mich dummer an aber es ist schwer mit deiner Hand Sekunde kurz so jetzt haben wir ein Stück Ei das probiere ich jetzt es ist wirklich sehr gut der Speck ist nicht zu verbrannt das Ei ist perfekt geworden und Knoblauch merkt man auch nicht dass er verbrannt ist äh der Knoblauch ist nicht verbrannt eigentlich ok das ist mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ich mehr Kochvideos machen soll schreibt es mir in die Kommentare bye so das war dieses Kochvideo wenn es euch gefallen hat schreibt es mir in die Kommentare ob ich noch mehr Videos machen soll vom Kochen Fazit zu dem gegessenen der Speck war nicht verbrannt und obwohl es ausgesinnt hat es war wirklich ziemlich gut lasst ein Like da abonniert drückt die Glocke ciao wow ciao